Achtsamkeit auf die Gefühle 11. Befreiung durch Gefühle Um das Satipatthana-Sutta tiefer zu verstehen, hilft es, sich vor Augen zu halten, dass der Buddha diese Lehren gab, um den Geist vom Leiden zu befreien. Es ging ihm um Befreiung, nicht um ein bequemeres Leben oder um die Bewältigung unserer persönlichen Geschichte. Dies können nützliche Nebenprodukte der Praxis sein, doch das eigentliche Thema sind die essentiellen Fragen nach Geburt, Altern, Krankheit und Tod und wie wir in diesem großen zyklischen Kreislauf der Existenz Freiheit finden können. Die meisten von uns sind in ihrem Leben in viele Verpflichtungen eingebunden, tragen Verantwortung und leben mit den damit verbundenen Schwierigkeiten und Freuden. Trotzdem ist es möglich, mit höchstem Bestreben zu praktizieren. Dabei ist nicht wichtig, ob wir dieses höchste Bestreben Glück, Frieden oder Erwachen nennen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse verändern unser Leben in der Welt, unabhängig davon, ob wir nur eine Ahnung des Möglichen erhaschen oder es vollständig verwirklichen. Der Buddha beginnt den nächsten Abschnitt des Suttas mit einer rhetorischen Frage. Zitat Was meint er mit dem Wort Gefühle, der deutschen Übersetzung des Pali-Wortes Venedar? Im Englischen bzw. Deutschen verwenden wir dieses Wort auf vielfältige Weise. Webster's Dictionary listet 14 verschiedene Bedeutungen auf. Manchmal sind damit Emotionen gemeint. Ich fühle mich glücklich, traurig, friedlich oder genervt. Manchmal bezieht es sich auf körperliche Empfindungen. Ich fühle Hitze oder Kälte, Druck oder Enge. Oder es beschreibt eine Meinung oder innere Einstellung. Die ganze Gruppe hatte das Gefühl, es sei Zeit einzugreifen. Im Buddhismus wird Venedar genauer definiert. Und in dieser spezifischen Bedeutung liegt der große Wert für unsere Praxis. Die Achtsamkeit auf die Gefühle ist einer der zentralen Schlüssel zu den tiefsten Mustern unserer Konditionierung. Vedana bezieht sich besonders auf die Qualität des Angenehmen, Unangenehmen oder Neutralen, welches im Kontakt mit der Erfahrung des jeweiligen Augenblicks entsteht. Diese Gefühle werden sowohl von physischen als auch von mentalen Phänomenen hervorgerufen. Da ist ein Körperempfinden, ein Geräusch, ein Gedanke oder eine Emotion. Und wir empfinden sie als angenehm, unangenehm oder neutral. Gefühle und konditionierte Reaktionen Warum ist das wichtig? Warum konzentriert sich der Buddha auf Gefühle als eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit, als eine der fünf Daseinsgruppen der Existenz, als wesentlichen Zugang zu den Lehren des bedingten Entstehens? Die Gefühlsfärbung einer Erfahrung ist so entscheidend wichtig, weil sie unsere Reaktion bestimmt, sowohl in unserem Denken als auch in unserem Handeln in der Welt. Wenn wir nicht achtsam sind, lösen angenehme Gefühle aus Gewohnheit Verlangen und Anhaftung aus. Unangenehme Gefühle hingegen Abneigung und Ablehnung. Und neutrale Gefühle führen zu Verblendung, d.h. sie lassen uns im Unklaren darüber, was gerade los ist. Doch wenn wir achtsam sind, können genau dieselben Gefühle uns zur Freiheit verhelfen. Der Buddha spricht in diesem Zusammenhang von zwei Arten von Menschen, dem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen und dem edlen, erfahrenen Schüler. Wenn der unerfahrene, gewöhnliche Mensch ein schmerzhaftes Gefühl erlebt, regt sich Abwehr in ihm. Er spürt Abneigung, Sorgen und Kummer und reagiert betrübt. Der Buddha verwendet das Bild der zwei Pfeile. Das schmerzhafte Gefühl ist der erste Pfeil, der uns trifft. Wenn wir nicht achtsam sind, trifft uns danach noch der zweite Pfeil in Form einer unangenehmen mentalen Reaktion. Zwei Pfeile, zwei Treffer, von denen der zweite mehr Leiden erzeugt als der erste. Und das Leiden hört damit nicht auf. Der Buddha fährt fort. Zitat Wird er nun von einem Wehgefühl getroffen, dann sucht er Sinnesfreuden. Und warum? Nicht kennt ja Ihr Bikhus, der unerfahrene, gewöhnliche Mensch, ein anderes Entrinnen vor dem Wehgefühl als Sinnesfreuden. Den nennt man Ihr Bikhus, einen unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Gefesselt ist er durch Geburt, Alter und Sterben, durch Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Gefesselt ist er, sag ich, ans Leiden. Zitat Ende Wenn wir die anfängliche Gefühlsfärbung nicht achtsam bemerken, läuft unsere Reaktion unseren gewohnten Neigungen entsprechend ab. Es wäre interessant zu bemerken, wie viel unseres täglichen Verhaltens bis hin zu winzigen Veränderungen der Körperhaltung davon ausgelöst wird, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Wir könnten jetzt fragen, was denn daran ein Problem sei, unangenehmen Gefühlen durch verschiedene Sinnesfreuden auszuweichen. So läuft es ja gewöhnlich in der Welt. Wir werden uns dieser Frage später noch sehr viel detaillierter zuwenden, wenn wir jenes erforschen, was der Buddha die Befriedigung, die Gefahr und das Entkommen im Fall der Sinnesfreuden nannte. Für den Augenblick soll es genügen, sich einfach der Unbeständigkeit angenehmer Gefühle bewusst zu werden. Damit wird deutlich, dass sie sich letztlich nicht als Zuflucht vor Leiden eignen. Der Buddha sprach auch von dem erfahrenen, edlen Schüler, also von uns in unseren achtsameren Momenten. Zitat Ist er von einem Wehgefühl getroffen worden, leistet er keinen Widerstand. Wird er nun von einem Wehgefühl getroffen, so sucht er nicht die Sinnesfreuden. Fühlt er nun ein Wohlgefühl, so fühlt er es als entfesselter. Fühlt er ein Wehgefühl, so fühlt er es als entfesselter. Fühlt er ein weder Weh- noch Wohlgefühl, so fühlt er es als entfesselter. Den nennt man, ihr Mönche, einen edlen Jünger. Entfesselt ist er von Geburt, Altern und Sterben, von Trauer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Entfesselt ist er, sag ich, vom Leiden. Das ist nun, ihr Mönche, die Besonderheit, die Zielsetzung, der Unterschied zwischen einem erfahrenen, edlen Jünger und einem unerfahrenen, gewöhnlichen Menschen. Zitat Ende In den Versen, die dieser Lehre folgen, fasste der Buddha diese Weisheit des Nicht-Reagierens des edlen Schülers in zwei Zeilen zusammen. Bedrängen Wunschesdinge nicht das Herz, bei Unerwünschtem ist er ohne Widerstand. Die Achtsamkeit auf die Gefühle ist also kein Kinderspiel. Die Lehre ist klar. Das Erstaunliche ist, wie stark die Konditionierung dieser Neigung zur Unterscheidung zwischen angenehmen und unangenehm ist. Während eines zweimonatigen Selbstretreats hatte ich einmal eine sehr schwierige Phase. Ich fühlte mich in meinem Körper sehr unwohl und durchlebte viele unangenehme Geisteszustände wie Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Während ich mit meiner Sitz- und Gehpraxis fortfuhr, wurde mir klar, wie sehr ich mich in der Reaktivität des Geistes verlieren würde, wenn ich den Triggerpunkt nicht mitbekam, wenn ich den ersten Pfeil nicht bewusst wahrnahm. In gewissen Momenten kehrte die Achtsamkeit dann zurück und ich erlebte ein offenes, weites Bewusstsein, indem ich all die äußerst unangenehmen körperlichen Empfindungen einfach achtsam bemerkte, ohne dass dadurch ablehnende Geisteszustände aufkamen. Ich spürte den Unterschied zwischen der Achtsamkeit auf die unangenehmen Gefühle und dem Abdriften in Reaktivität klar und deutlich. Wie kommt es, fragte ich mich, wenn ich mir doch der Möglichkeit bewusst bin, entweder Leiden oder Leichtigkeit zu erleben, dass der Geist trotzdem immer wieder an diese Muster aus Angst und Hoffnung verfällt. Angst, die unangenehmen Gefühle würden nie vergehen und Hoffnung, sie würden endgültig verschwinden. Warum kann der Geist nicht einfach in der Leichtigkeit der achtsamen Bewusstheit verweilen? Diese Erfahrung war mir eine wichtige Lektion über die Macht und Tiefe gewohnter Reaktionen und auch eine Bestätigung, dass es möglich ist, den Geist umzuerziehen. In jedem Augenblick, selbst inmitten einer schmerzhaften Erfahrung oder inmitten unserer gewohnten Reaktionsmuster, können wir die Gefühle achtsam wahrnehmen. Der Buddha betonte dies in der sehr zugespitzten Aussage, Zitat, Ihr Bequus, hier und jetzt dem Leiden ein Ende zu bereiten, ohne die Neigung zu Begierde nach angenehmem Gefühl zu überwinden, ohne die Neigung zur Abneigung gegenüber schmerzhaftem Gefühl zu vernichten, ohne die Neigung zur Unwissenheit in Bezug auf weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl auszurotten, ohne Unwissenheit zu überwinden und wahres Wissen zu erwecken, dies ist unmöglich. Zitat Ende Er fuhr dann fort, es sei durchaus möglich, Leiden zu beenden, indem diese Neigungen aufgegeben werden. Gewahrsehnte Gefühle von Moment zu Moment Vielleicht denken Sie jetzt, es sei unmöglich, diese Neigungen aufzugeben. Wie könnte ich mich je vollständig von Verlangen und Abneigung befreien? Doch der Buddha sagt, es sei möglich, und zwar im jeweiligen Augenblick. Damit stellt sich die Frage, wie wir diese Lehre in die Praxis umsetzen können. In den Worten des Suttas Dies ist die einfache, direkte und klare Erkenntnis des Gefühlsaspektes eine Erfahrung. Wir brauchen nicht zu analysieren, zu bewerten, zu vergleichen oder besonders zu verstehen, warum diese Gefühle da sind. Wir stellen einfach fest, ein angenehmes Gefühl ist so, ein unangenehmes Gefühl ist so, ein neutrales Gefühl ist so. In formalen Meditationssitzungen konzentrieren wir uns manchmal eine Weile nur auf die Gefühlsfärbung unserer augenblicklichen Erfahrung. Angenehm, angenehm, unangenehm, angenehm, unangenehm und so weiter. Wichtig dabei ist, dies nicht mechanisch zu tun, sondern unser Gewahrsein dieses Gefühlsaspekts unserer körperlichen Empfindungen oder mentalen Ereignisse zu verfeinern. Selbst wenn wir es nur kurz machen, wird die unbeständige Natur der Gefühle deutlich. Zu Zeiten, in denen wir aktiver in der Welt tätig sind, können wir unsere offensichtlicheren Reaktionen des Mögens und Nichtmögens als Erinnerung dafür verwenden, die Gefühle zu bemerken, die diese Reaktionen hervorgerufen haben. Diese Reaktionen können ein Signal dafür sein, dass wir das Gefühl übersehen haben, das ihnen vorausging. Eine Möglichkeit, uns auf Wederna die Gefühle einzustimmen, ist das Bemerken deutlicher, angenehmer oder unangenehmer Gefühle. Die Winter in Neuengland eignen sich dazu sehr gut. An einem frostigen, stürmischen Tag entstehen im Freien schnell unangenehme Gefühle. Wende ich jedoch dem Wind den Rücken zu und halte mein Gesicht in die Sonne, erlebe ich das angenehme Gefühl der Wärme. Auch im Zusammenhang mit den Mahlzeiten können wir es bemerken, beispielsweise das angenehme Gefühl des Duftes und guten Geschmacks von leckerem Essen oder die unangenehmen Gefühle, wenn wir zu viel gegessen haben. Die wechselhafte Natur der Gefühle erkennen Diese Praxis des Erkennens und des achtsamen Gewahrseins von Gefühlen führt uns zu tieferen und direkteren Einsichten in ihre unbeständige Natur. Wenn wir uns der Vergänglichkeit des jeweils auftauchenden Gefühls bewusst sind, identifizieren wir uns weniger damit. Wir klammern uns weniger an die angenehmen Gefühle und fürchten uns weniger vor den Unangenehmen. Wir alle haben das zu einem gewissen Maß während unseres Heranwachsens vom Kind zum Erwachsenen erfahren. Vielleicht erinnern sie sich an ihre Kindheit oder sie kennen es von Kindern in ihrem Bekanntenkreis. Kinder können in wenigen Augenblicken von Lachen zu Tränen und wieder zurück zum Lachen wechseln, je nachdem, wie ihr Geist auf Wohlbefinden und Unbehagen reagiert. Am Laufe des Älterwerdens begreifen wir zunehmend, wie schnell Angenehmes und Unangenehmes vergeht. Darin reagieren wir nicht mehr mit den starken Stimmungsumschwüngen der Kindheit, sondern mit mehr Gelassenheit. An einer Stelle vergleicht der Buddha das Entstehen und Vergehen der Gefühle mit der Wechselhaftigkeit des Windes. Zitat Gleich Zitat Ende Zitat Ende Obwohl leicht zu verstehen ist, dass alle Gefühle unbeständig sind, angenehme, unangenehme und neutrale, ist es nicht immer leicht, sich dessen bewusst zu bleiben. Unser Geist reagiert auf diese Gefühle und verwickelt sich in Anhaftung und Abneigung. Wir machen Gehmeditation und der Gedanke taucht auf, eine Tasse Tee wäre jetzt schön. Wenn wir die mit diesem Gedanken einhergehenden, angenehmen Gefühle achtsam bemerken, gehen wir weiter. Wenn sie uns entgehen, könnte uns die Idee, eine Tasse Tee würde uns glücklich machen, verführen und wir würden nicht bemerken, dass es sich nur um ein weiteres flüchtiges Gefühl handelt. Den Geist trainieren In der Meditation haben wir Gelegenheit, unsere geistigen Reaktionen auf verschiedene Arten von Gefühlen zu beobachten. Wie reagiert der Geist auf angenehme sexuelle Empfindungen, die im Körper aufsteigen, oder auf angenehme Fantasien? Schwelgen wir darin oder widerstehen wir? Sind wir achtsam und reagieren nicht im klaren Bewusstsein ihrer Unbeständigkeit? Wie reagiert der Geist auf unangenehme Gefühle, auf Schmerz oder Unbehagen? Wie reagiert der Geist, wenn wir krank sind? Der Buddha gibt uns dazu eindeutige Hinweise. So sollt ihr üben. Auch wenn der Körper leidend ist, soll der Geist nicht leidend sein. Häufig meinen wir, in bestimmten Situationen könnten wir nicht praktizieren, entweder weil sie besonders angenehm oder weil sie besonders unangenehm sind. Ich habe es bei letzteren als hilfreich empfunden, sie als Übung für das Sterben zu betrachten. Wir möchten alle in einem friedlichen Geisteszustand sterben, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das Sterben mit einem gewissen Maß an Schmerz oder anderen Unannehmlichkeiten einhergehen wird. Wenn wir in alltäglichen Situationen geübt haben, diese Gefühle auf der körperlichen und auf der mentalen Ebene achtsam wahrzunehmen, werden unser Herz und unser Geist im Augenblick des Todes gelassener bleiben können. Auch bei äußeren Anlässen können wir Achtsamkeit auf die Gefühle üben. Es gibt dazu eine Geschichte von Ayan Cha. Eines Abends, während er alleine in einer kleinen Hütte im Wald im Retreat war, feierten die Bewohner des nahen Dorfes bis spät in die Nacht und die Musik beschallte über die Lautsprecher die ganze Umgebung. Zuerst war Ayan Cha verärgert und dachte, sie wissen doch, dass ich hier im Retreat bin. Dann besann er sich jedoch und erkannte, dass sein Geist das eigentliche Problem war und nicht die Musik. Er dachte, sie amüsieren sich einfach da unten und ich sitze hier oben und habe schlechte Laune. Doch wenn ich mich aufrege, macht mein Ärger nur noch mehr inneren Lärm. Dann hatte er eine Erkenntnis. Oh, die Geräusche sind einfach Geräusche. Ich bin es, der hier Ärger macht. Wenn ich die Geräusche in Ruhe lasse, stören sie mich auch nicht. Sie tun nur, was sie zu tun haben. Geräusche machen eben Geräusche. Das ist ihre Aufgabe. Wenn ich aufhöre, die Geräusche zu belästigen, belästigen sie mich auch nicht. Wir bemerken oft nicht, dass unsere Vorliebe oder Abneigung den Gefühlen gilt und nicht den Objekten selbst. Wir meinen vielleicht, wir hängen an einer Fantasie oder wir mögen dieses Geräusch nicht, aber bei näherer Betrachtung sehen wir, dass sich all diese Bewegungen des Geistes um die Gefühlsfärbungen drehen. Wir mögen das angenehme Gefühl und wollen es festhalten. Wir wollen das unangenehme Gefühl wegdringen und von dem neutralen Gefühl wissen wir nicht einmal, dass wir es haben. Doch indem wir üben, diese Gefühle achtsam wahrzunehmen, während sie hochkommen und ihre Unbeständigkeit direkter erfahren, verfangen wir uns weniger in ihnen und reagieren nicht mehr so schnell. In seinen direkten und deutlichen Anweisungen zur Achtsamkeit auf die Gefühle weist der Buddha den Weg zur absoluten Freiheit. Zitat Was für ein Gefühl er auch immer empfinden mag, ob angenehm oder schmerzhaft, oder weder schmerzhaft noch angenehm. Er betrachtet das Aufhören, betrachtet das Loslassen. Indem er so betrachtet, haftet er an nichts in der Welt an. Wenn er an nichts anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönlich Nibbana. 12. Weltliche und überweltliche Gefühle Im weiteren Verlauf der Lehren über Achtsamkeit auf die Gefühle eröffnet uns der Buddha ein tieferes Verständnis für Glück und Leiden in unserem Leben. Er unterteilt die angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühle in weltliche und überweltliche. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, achtsam zu bemerken, ob das Gefühl angenehm, unangenehm oder neutral ist, sondern den Ursprung dieser Gefühle zu erkennen. Die damit verbundene Unterscheidung hat weitreichende Konsequenzen. Unterscheidung zwischen weltlichen und überweltlichen Gefühlen Weltliche Gefühle entstehen aus den Sinneskontakten. Sie beruhen auf gesehenem, gehörtem, gerochenem, geschmecktem, im Kontakt gespürtem und daraus hervorgehenden Gedanken. Beim Genießen einer guten Speise oder einer sanften Berührung erleben wir ein angenehmes, weltliches Gefühl. Ein Gestank oder einen Schmerz hingegen erfahren wir als unangenehmes, weltliches Gefühl. Und der Anblick eines vertrauten Objekts, das weder besonders angenehm noch unangenehm ist, ruft ein neutrales, weltliches Gefühl hervor. All diese weltlichen Gefühle entspringen einfach unserem Alltagsgeschehen. Überweltliche Gefühle hingegen haben mit Entsagung zu tun. In unserer westlichen Kultur wird Entsagung nicht immer als inspirierend empfunden und wir tendieren dazu, sie als Entbehrung zu verstehen, die uns nicht viel Freude bereitet. Wir können Entsagung jedoch auch als die Befreiung von der Sucht nach Sinnesfreuden betrachten. So gesehen liegt in der Entsagung die Möglichkeit, hier und jetzt glücklich zu sein. Je weniger wir nach Sinnesfreunden süchtig sind, desto weniger Unruhe ist im Geist. Wir erleben größere Leichtigkeit und ein einfacheres Leben. Stellen Sie sich vor, der Geist würde alles wollen, wofür im Fernsehen Werbung gemacht wird. Wir wären ständig in einem Zustand der Unzufriedenheit. Deswegen hätten wir vermutlich alle lieber ein werbungsfreies Fernsehprogramm. Mit den Worten eines tibetischen Lehrers Wir lernen, unseren müden Geist ausruhen zu lassen. Wenn er sagt Was die Welt Glück nennt, nenne ich Leiden. Was die Welt Leiden nennt, nenne ich Glück. Betont der Buddha dieses Verständnis. Die verborgenen Gefahren weltlicher Freuden Die Unterscheidung zwischen weltlichen und überweltlichen Gefühlen, d.h. zwischen Gefühlen, die mit Sinneseindrücken verbunden sind, und Gefühlen, die mit Entsagung in Zusammenhang stehen, führt zu verfeinerten Wahrnehmungen in unserer Meditation und einem völlig anderen Verständnis von Freude und Glück. Von allen Seiten wird uns in unserem Leben vermittelt, Glück entstehe durch angenehme Sinneserfahrungen. Und die meisten von uns erleben das auch so, zumindest vorübergehend. Doch diese Freuden bergen Gefahren. Welche Gefahren? Bei vielen Süchten beispielsweise ist der Genuss als solcher letztlich schädlich. Es gab mal eine Zigarettenreklame. Eine schöne Frau und ein gutaussehender Mann standen mit Zigaretten in der Hand in einer idyllischen Szenerie. Darüber stand, Ich lasse mir meinen Genuss nicht nehmen. Es ist klar, was daran gefährlich ist. Eine andere Gefahr besteht darin, uns so an die angenehme Erfahrung zu klammern, dass wir leiden, sobald sie sich verändert. Wenn wir das Entstehen angenehmer weltlicher Gefühle nicht achtsam bemerken, verstärkt sich unbewusst die Gewohnheit der Begierde. Zitat Wenn man von einem angenehmen Gefühl berührt wird, falls man es genießt, es willkommen heißt und daran hängen bleibt, dann liegt die Neigung zur Begierde zugrunde. Zitat Ende Überweltliche Gefühle Der Weg zur Erleuchtung In der Lehre über überweltliche Gefühle verweist der Buddha auf eine andere Art von Genuss, eine tiefere Form von Glück, in dem keine Gefahren lauern. Diese angenehmen überweltlichen Gefühle bilden die Grundlage für unser Erwachen. Dies war dem Bodhisattva auf seinem Weg zur Erleuchtung zunächst nicht klar. Nachdem er im Alter von 29 Jahren sein Zuhause verlassen hatte, verbrachte Siddhartha Gautama, der zukünftige Buddha, zunächst sechs Jahre in den zu jener Zeit üblichen Formen intensiver Askese. Es gibt lebhafte Beschreibungen dieser Praktiken, durch welche das Ego durch Kasteiung ausgetrieben werden sollte. Doch am Ende der sechs Jahre merkte der Buddha, dass er seinem Ziel nicht näher gekommen war. Zitat Ich dachte, welche Mönche oder Brahmanen in der Vergangenheit auch immer schmerzhafte, quälende, bohrende Gefühle aufgrund ihres Strebens gefühlt haben, dies hier ist das Äußerste. Nichts übertrifft dies. Und welche Mönche oder Brahmanen in der Zukunft auch immer schmerzhafte, quälende, bohrende Gefühle aufgrund ihres Strebens fühlen werden, dies hier ist das Äußerste. Nichts übertrifft dies. Und welche Mönche oder Brahmanen in der Gegenwart auch immer schmerzhafte, quälende, bohrende Gefühle aufgrund ihres Strebens fühlen, dies hier ist das Äußerste. Nichts übertrifft dies. Aber durch diese quälende Praxis der Askese habe ich keinerlei übermenschliche Geisteszustände erlangt, keinerlei Klarheit des Wissens und der Schauung, die der Edlen würdig ist. Könnte es einen anderen Pfad zum Erwachen geben? Ich überlegte. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, als mein Vater, der Sakia, beschäftigt war, während ich im kühlen Schatten eines Rosenapfelbaums saß. Ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, trat ich in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist, und verweilte darin, mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Könnte das der Pfad zum Erwachen sein? Dann, auf diese Erinnerung folgend, kam das Bewusstsein. Das ist der Pfad zum Erwachen. Ich dachte, warum habe ich Angst vor jener Glückseligkeit, die nichts mit Sinnesvergnügen und unheilsamen Geisteszuständen zu tun hat? Ich dachte, ich habe keine Angst vor jener Glückseligkeit, die nichts mit Sinnesvergnügen und unheilsamen Geisteszuständen zu tun hat. Zitat Ende Und tatsächlich erklärte der Buddha nach seiner Erleuchtung, er lebe in Glückseligkeit. Hierin liegt eine wichtige Botschaft über die Rolle, die Freude und Glück in unserer Praxis spielen. Häufig liegt die Betonung auf der großen Wahrheit über das Leiden und den Ursachen von Leiden, auf der Notwendigkeit rechten Bemühens, auf den Gefahren des ständigen Schwelgens in Sinnesbegierden, und es wird übersehen, dass es sich eigentlich um einen Weg der Freude handelt, der zu Glück führt. In einer Lehrrede hören wir von König Passenadi, einem Herrscher zur Zeit des Buddha. Passenadi besucht den Buddha und beschreibt, was er sieht. Zitat Aber hier sehe ich Bikkhus, lächelnd und heiter, voll aufrichtiger Freude, einfach entzückend, mit klaren Sinnen, die unbeschwert leben, gelassen, die von dem leben, was andere geben, mit einem Gemüt, so unbekümmert, wie das eines wilden Hirsches. Zitat Ende Nützliche und unnütze Arten von Vergnügen Die in der Anleitung über den achtsamen Umgang mit Gefühlen getroffene Unterscheidung zwischen weltlichen und überweltlichen Gefühlen betont den Unterschied zwischen nützlichen und unnützen Arten von Vergnügen. Zur Zeit des Buddha lebte in der alten Stadt Raja Gara der wohlhabende Kaufmann Visaka. Seine Frau und er erreichten die dritte Stufe der Erleuchtung, die sogenannte Nicht-Wiederkehr. Später wurde seine Frau unter dem Namen Damadina als Nonne ordiniert, vollendete bald darauf ihren spirituellen Weg und wurde zu einer Aderhand. Visaka suchte einmal die Nonne Dimadina auf und stellte ihr eine Reihe von Fragen. Visaka fragte Welche Neigungen liegen angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühlen zugrunde? Sie antwortete erwartungsgemäß Die Neigung zur Begierde liegt dem angenehmen Gefühl zugrunde. Die Neigung zur Abneigung liegt dem unangenehmen Gefühl zugrunde. Die Neigung zur Unwissenheit liegt dem neutralen Gefühl zugrunde. Und wie bereits erwähnt, ist Befreiung nur möglich, wenn diese Neigungen überwunden werden. Aber Visaka fragte weiter nach und seine nächste Frage hat weitreichende Auswirkungen für unser Verständnis des Pfads. Ehrwürdige Liegen diese Neigungen zur Begierde, Abneigung und Unwissenheit allen angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühlen zugrunde? Sie antwortete Diese Neigungen liegen nicht allen Gefühlen zugrunde. Sie müssen nicht in Hinsicht auf jegliches Gefühl überwunden werden. Zitat Ende Sie sagt, es gibt auch angenehme Gefühle, die von unheilsamen Geisteszuständen abgeschieden sind und auf dem Weg zur Erleuchtung weiterführen. Und es gibt unangenehme Gefühle, die aus der Entsagung hervorgehen, nicht mit Abneigung zu tun haben und auch zum Erwachen führen können. Überweltliche, unangenehme und neutrale Gefühle Welche unangenehmen Gefühle gibt es, die nicht mit Abneigung verbunden sind? In unserer Praxis gehen wir durch schwierige Phasen in der Meditation. Dann stehen unangenehme körperliche Empfindungen im Vordergrund. Oder wir fühlen uns ängstlich, elend oder verzweifelt über unsere Praxis oder den Zustand der Welt und die Erleuchtung scheint sehr weit weg. Der heilige Johannes vom Kreuz nannte es die dunkle Nacht der Seele. All diese überweltlichen, unangenehmen Gefühle entspringen einer tieferen Praxis. Genauso gibt es auch neutrale Gefühle, die nicht mit Verblendung oder Vergesslichkeit verbunden sind. Weltliche, neutrale Gefühle entstehen durch die Reizlosigkeit des Objekts. Es sticht nichts hervor, also wird nichts bemerkt. Überweltliche, neutrale Gefühle beruhen auf Gelassenheit. In der vierten Vertiefung und in der Einsichtsstufe Wissen durch Gleichmut gegenüber den Gestaltungen sind sie besonders ausgeprägt. In diesen äußerst verfeinerten Geisteszuständen erzeugen die neutralen Gefühle mehr Freude als die angenehmen. Da Madinas Antwort, die Neigung zu Begierde, Abneigung und Unwissenheit lägen nicht allen Gefühlen zugrunde und müssten daher nicht in Bezug auf jedes Gefühl überwunden werden, verweist auf diesen Unterschied zwischen weltlichen und überweltlichen Gefühlen. Sie betont damit ein anderes Verständnis von Glück und seine Rolle für den Weg der Meditation. Der Buddha bestätigte ihre Antwort, indem er zu Visaka sprach, Damadinya ist weise. Wenn du mich in dieser Angelegenheit befragt hättest, hätte ich dir genauso geantwortet. Eigene Erfahrungen überweltlicher Freude Sobald wir anfangen, zwischen weltlichen und überweltlichen Gefühlen zu unterscheiden, eröffnen sich uns allmählich Möglichkeiten eines Glücks, das nicht von Geistestrübungen befleckt ist. Doch selbst wenn wir diese Möglichkeit verstehen, fällt es uns als in dieser Welt lebende Wesen oft schwer, darauf zu vertrauen oder dieses Verständnis zu leben. Wir verbringen einen großen Teil unseres Lebens damit, Sinnesfreuden anzustreben und sie zu genießen, obwohl wir uns ihrer Beschränkungen bewusst sind. Könnten wir wirklich glücklich sein, ohne uns all der angenehmen weltlichen Gefühle zu erfreuen? Der Buddha spricht diese Bedenken direkt an. Zitat Möglich aber nun, Potapado, dass du etwa dächtest, die besudelnden Dinge, Verlangen, Abneigung und Unwissenheit können verloren werden, doch leidig bleibt der Zustand. Das darf man freilich, Potapado, nicht also betrachten. Die besudelnden Dinge können verloren werden, Freude geht aber zugleich auf, Verzückung und Beruhigung, Einsicht und klares Bewusstsein und ein seliger Zustand. Zitat Ende. Großzügigkeit Auch wenn wir noch nicht das Glück der vollen Erleuchtung genießen, erleben wir auf dem Weg Momente nicht sinnlicher Freude, überweltlicher, angenehmer Gefühle. Wir erleben sie zum Beispiel, wenn wir großzügig sind und den Geisteszuständen der Gier und des Geizes entsagen. Denken Sie mal an eine Situation, in der Sie großzügig waren und etwas einfach aus Liebe, Mitgefühl, Respekt oder Dankbarkeit gegeben haben. Großzügig sein ist ein leichter Zugang zu den glücklichen, auf Entsagung beruhenden, überweltlichen Gefühlen, weshalb der Buddha seine weiterführenden Lehren häufig damit beginnt, über Großzügigkeit zu sprechen. Liebe und Mitgefühl Wir spüren nicht sinnliche Freude, wenn wir Qualitäten wie Liebe und Mitgefühl praktizieren. Oh, dass meine Mönchsrobe weit genug wäre, alle Menschen dieser flüchtigen Welt aufzunehmen, schrieb der große Zen-Meister und Dichter Ryokan über diese Gefühle. In großen Katastrophen zeigen sich oft die besten Seiten der Menschheit, wenn Menschen aus aller Welt aus einem reinen Geisteszustand großzügig helfen. Sie geben in dem Moment nicht, um etwas für sich selbst zu gewinnen, und sie geben oft mehr, als sie in einer normaleren Situation gegeben hätten. In dieser Reaktion auf Leiden liegt eine Qualität des reinen, spontanen Mitgefühls, die mit einer eigenen Art von Glück einhergeht. Entsagung Wir erleben auch eine Form nicht sinnlicher Freude, wenn wir gemäß den Tugendregeln Entsagung üben. Wir entsagen allem schädlichen Handeln, was das überweltliche, angenehme Gefühl der Reuelosigkeit mit sich bringt. Und selbst wenn wir in der Vergangenheit ungeschickt gehandelt haben, was auf jeden von uns zutrifft, erleben wir von dem Moment an, in dem wir uns dem Nichtverletzten verpflichten, eine gewisse Kraft, Vertrauen und Freude. Entsagen wir im Retreat den gewohnten Annehmlichkeiten, dann erleben wir überweltliche, angenehme Gefühle und genießen die Schönheit der Einfachheit. Wir erleben eine Ahnung dessen, was König Pasenadi beschrieb, als er die Mönche und Nonnen um den Buddha versammelt sah. Während eines Retreats ist mir so klar, dass alles, was ich brauche, in meinem kleinen Zimmer vorhanden ist. Wenn ich dann an mein Alltagsleben denke, erscheint es mir im Vergleich dazu sehr überladen. Zu Hause meditiere ich manchmal nachts in meinem Büro. Dann ist alles dunkel, bis auf die kleinen Leuchten des Computers, des Telefons, des Modems und des Druckers. Es ist quasi das Kontrollzentrum für mein Leben in der Welt. Konzentration Auch in bestimmten Konzentrationszuständen, wenn der Geist von allen ungeschickten Zuständen abgeschieden ist, erleben wir nicht sinnliche Freude und überweltliche, angenehme Gefühle. Zuerst ist unser Geist häufig unruhig und aufgeregt, springt von einem zum anderen und reagiert auf die verschiedenen angenehmen und unangenehmen Gefühle, die auftauchen. Von einem gewissen Zeitpunkt an beruhigt sich der Geist für kürzere oder längere Zeiträume und verweilt, getragen vom Strom der Achtsamkeit, mit Leichtigkeit auf dem Objekt der Aufmerksamkeit. Diese Leichtigkeit und Freude sind viel umfassender als jene unserer gewöhnlichen Sinnesfreuden. Sie gehen mit einem tieferen Gefühl der Einheit einher. Eine unserer Lehrerinnen, Deepa Ma, saß einmal drei Tage lang an einem Zustand der meditativen Vertiefung, einem Jhana. Es heißt, der Bruder habe manchmal sieben Tage in solch einem konzentrierten Zustand verbringen können. Welche Sinnesfreuden bietet diese Möglichkeit? Können Sie sich drei Tage ununterbrochenen Essens, Musikhörens oder sexuellen Vergnügens vorstellen? An einem gewissen Punkt würden sie sich alle erschöpfen und wären nicht mehr wünschenswert. Das ist der Unterschied zwischen weltlichen und überweltlichen angenehmen Gefühlen. Klares Sehen In den verschiedenen Stufen der Einsicht und des Erwachens erleben wir noch höhere nicht-sinnliche Freuden. Hier geht es nicht um die Vertiefung in überweltliche angenehme Gefühle der Konzentration, sondern darum die besondere Freude des klaren Sehens, d.h. die veränderliche selbstlose Natur von allem, was entsteht, tief und nachdrücklich zu erkennen. Bei der Entwicklung der Einsichtspraxis gibt es eine noch feinere Art des Glücks. Mahasi Sayadav, einer der großen burmesischen Meister des vorigen Jahrhunderts, schrieb dazu, Manchmal schrumpfen die zu beachtenden Objekte auf ein bis zwei zusammen oder verschwinden ganz. Doch das wissende Bewusstsein ist noch anwesend. In diesem sehr klaren, offenen Raum des Himmels bleibt nichts als ein einziges, sehr klares, seliges Bewusstsein, welches eindeutig jenseits aller Vergleiche ist und sehr glücklich. Zitat Ende Das Praktizieren mit angenehmen, überweltlichen Gefühlen Wie können wir mit diesen unterschiedlichen Arten angenehmer überweltlicher Gefühle praktizieren? Wir können auf die Anweisungen des Satipatthana Sutta zurückgreifen, das uns daran erinnert, dass der Pfad der Erkenntnis darin besteht, einfach achtsam all die verschiedenen auftauchenden Gefühle wahrzunehmen. Tauchen angenehme Gefühle auf, erkennen sie sie als weltlich oder überweltlich. Steigen unangenehme Gefühle auf, erkennen sie sie als weltlich oder überweltlich und ebenso bei neutralen Gefühlen. Dabei gilt es, die Sache nicht zu kompliziert zu machen und Zweifel und Verwirrung zu stiften. Wir sollten keine Stunde lang versuchen, genau herauszufinden, um welches Gefühl es sich gerade handelt. Wir sollten diese Anweisung einfach als Orientierung für ein besseres Verständnis verwenden und anfangen, die Unterschiede zwischen der Erfahrung von Sinnesfreuden und von Dharma Freuden zu bemerken. Dasselbe gilt für unangenehme oder neutrale Gefühle. In diesen Anweisungen empfiehlt der Buddha nicht, danach zu streben, nur überweltliche Gefühle zu erleben. Im Laufe unseres Lebens werden natürlicherweise beide Arten auftreten. Doch wenn wir sie bemerken und beachten, um welche Art von Gefühl es sich jeweils handelt, lernen wir, die den weltlichen Gefühlen zugrunde liegenden Neigungen, Verlangen, Abneigung und Verblendung klarer zu erkennen und durch achtsames Praktizieren aufzugeben. Dann können wir in dem schlichten Gewahrsein ruhen, dies ist ein mit den Sinnen verbundenes angenehmes oder unangenehmes oder neutrales weltliches Gefühl und uns an dem Potenzial der überweltlichen Gefühle erfreuen, die uns der Befreiung näher bringen. Anwendung des Refrains Genauso wie nach jedem anderen Abschnitt dieser Lehrrede wiederholt der Buddha auch hier den Refrain. Wir werden daran erinnert, Gefühle innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich zu betrachten und uns auf die Natur des Entstehens und Vergehens zu besinnen, auch des Entstehen und Vergehens von Gefühlen. Der Buddha beschließt diese Anweisung dann mit den Worten, Zitat, Ende. Die Achtsamkeit auf die äußeren Gefühle bedeutet, dass wir uns der Gefühle bewusst sind, die in anderen auftauchen. Achtsamkeit fördert Mitfreude, wenn andere angenehme Gefühle erleben und Mitgefühl, wenn andere Schmerz empfinden. Wenn wir die Gefühle nicht achtsam wahrnehmen, angenehme, unangenehme und neutrale, weltliche und überweltliche und sie nicht innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich betrachten, identifizieren wir uns leicht mit ihnen und halten sie für unser Selbst. In einer Lehrrede stellt der Buddha seinem getreuen Gefährten Ananda die rhetorische Frage, wie die Menschen das Selbst sehen. Er fährt fort, die Menschen könnten die Gefühle für das Selbst halten oder denken. Mein Selbst fühlt oder gar mein Selbst ist ohne Gefühle. Diese Identifikation nähert die konditionierte Tendenz zum Verlangen nach Angenehmen, zur Abneigung gegenüber dem Unangenehmen und zur Ignoranz hinsichtlich des Neutralen und hält uns damit im Rat von Samsara gefangen. Indem wir die Gefühle als unpersönliche Prozesse betrachten, die aus dem Kontakt mit den sechs Sinnesobjekten entstehen, der Geist gilt dabei als der sechste Sinn, halten wir diese Gefühle nicht mehr für das Selbst. In solchen Momenten praktizieren wir die zentrale Lehre des Buddha. Nichts, was immer es auch sei, sollte als Ich oder Mein aufgefasst und festgehalten werden. nicht mehr für das Selbst. Untertitelung des ZDF, 2020